Ich weiß jetzt, warum du Andi wirklich fertig machen willst. Warum du mich nur benutzt. Und warum du mich nie lieben wirst. Jessica, was soll das denn jetzt? Weil du sie liebst. Helena. Deine eigene Schwester. Jessica, ich versteh nicht. War ich nicht deutlich genug? Natürlich liebe ich Helena. Sie ist meine Schwester. War doch nicht so. Das ist doch völlig absurd. Von wegen. Ich habe doch Augen im Kopf. Zwischen euch läuft was ganz Schräges. Sag mal, spinnst du? Schon allein, wie du sie immer anstarrst. Und ständig hängst du ihr auf der Pelle. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Wir sind Zwillinge. Wir waren immer zusammen. Von klein an. Klar hat man da einen engen Draht zueinander. Aber sowas kannst du ja sowieso nicht verstehen. Engen Draht nennst du das? Ich nenne sowas abartig. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Deshalb warst du auch so besessen davon, sie und Andi auseinander zu bringen. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Andi ist der Falsche für Helena. Klar. Und du bist der Richtige. Tristan, das ist sowas von krank. Jetzt warte. Pass dich nicht an. Ich hätte nicht gedacht, dass dein Hase dich so aus dem Konzept bringen kann. Mein Edelmut kennt eben keine Grenzen. Bitte? Ich wollte dich vor der Kälte des Wassers bewahren. So zart wie du beseitigt bist, wärst du morgen doch garantiert erkältet. Ah. Na, vielen Dank für deine unendliche Rücksichtnahme. Siehst du das, was ich sehe? Äh, nein. Da ist auch nichts. Mein Auto. Das gibt's doch gar nicht. Ich verfolge mich. Was? Er verfolgt dich. Was weiß ich, keine Ahnung. Irgendwelche Banden. Was für Banden? Autoschieber. Meinst du, vorhin das war gar kein Tier? Glaubst du, da hat uns jemand beobachtet? Höchstwahrscheinlich. Und was ist das? Vielen Dank. Wir nehmen deinen Wagen gerne als großzügige Geste entgegen. Das gibt's doch nicht. Da verfolgt uns jemand bis in die Pampa, klaut dein Auto und hält das für einen Witz. Wie abgezockt ist das denn? Immerhin haben Sie sich um Höflichkeit bemüht. Ja, das Messer dürfte mittlerweile hinreichend Glanz haben. Ach, Justus, könnten Sie mir bitte noch einen Kaffee machen? Selbstverständlich. Danke. Lassen Sie, Justus, ich mach das schon. Vielleicht ist das keine so gute Idee. Bitte. Ich hoffe, Sie hinterlassen die Küche hinterher nicht den Schott und Asche. Ich doch nicht. Eine Romanze zwischen Personal und Herrschaften? Ja, so etwas ist noch nie gut gegangen. Ich hab's ja verstanden. Wie oft wollen Sie es denn noch sagen? Justus, kann ich morgen frei bekommen? Also, bitte. Ich polier auch danach das ganze Besteck im Schloss. Justus, Sie sind ein Schatz. Da wird deine gute Laune. Die wird mir langsam ein bisschen unheimlich. Justus, den Barole, den man so gerne trinkt, ist das... Ich war bereits auf dem Weg zu Ihnen. Rotwein. Auch eine gute Idee. Lydia, ich brauch deine Hilfe. Justus! Justus! Schätzchen, sagen Sie Ihrem Onkel, er soll mich nach Rom bringen. Ich arbeite nicht mehr auf dem Schloss. Oh, Herrgott. Was machen Sie da noch hier? Helena? Hier bin ich. Ich bin total fertig. Ich will nur noch ins Bett. War Jessica zufällig gerade bei dir? Ihr habt immer noch Stress, stimmt's? Wie kommst du drauf? Hat sie was gesagt? Dafür brauche ich dich nur ansehen. Du siehst alles andere als glücklich aus. Ach, ja. Kam so schlimm. Wirklich? Ach, Helena, wenn ich dich nicht hätte. So schlimm. Jess, was ist passiert? Okay, Usus. Greffe Lahnstein sucht dich. Sie wird sich einen Moment gedulden müssen. Erst sagst du mir, was mit dir los ist. Der Jure Graf. Genau das habe ich kommen sehen. Er hatte seinen Spaß und du. Aber was hast du denn auch anderes erwartet? Etwa, dass er dich heiratet? Ach, Jessica. Das sind doch Hirngespinste. Reicht's aus? Ja, ja, super. Stell dir einfach da ab. Wie findest du die? Ein bisschen staubig vielleicht. Glaubst du, das gefällt dir? Ja, jede Frau liebt die Küche. Und Rebecca arbeitet ja auch neben einem Büro. Stimmt. Da hat sie auf gar keinen Fall Bock drauf. Hilfst du mir, die Sachen auf dem Dachboden zu gehen? Ach, Bruder, das war ein Scherz. Echt? Ja. Ja, und wie findest du die hier? Oder die hier? Schön. Ich wusste gar nicht, dass du so romantisch bist. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hoffe nur, ich überreue sie damit nicht zu sehr. Rebecca gefällt es auf jeden Fall. Und ich? Ich würde dich auf der Stelle heiraten. Ah, Justus' Gesicht war wirklich nicht schlecht. Stimmt. Die Auffahrt mit Recker und Bauer war besonders. Ja, auf jeden Fall besser, als stundenlang durch die Nacht zu marschieren. Wir wären wahrscheinlich morgen noch unterwegs. Ja, und dein Oldtimer wäre auf jeden Fall schnittiger gewesen. Hm. Äh, entschuldige. Schon gut. Ach, was soll's. Mal ganz ehrlich. Genau genommen ist es doch nicht mehr als ein Haufen Blech. Ja, richtig. Und genau genommen musst du mir hier jetzt nicht vormachen, dass dir der Haufen Blech total egal ist. Also versuch's erst gar nicht. Am besten, wir gehen sofort zur Polizei. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Was? Ich weiß wieso nicht. Ich, ich komme auch gerne mit als Zeugin. Weil das bestimmt ein Auftragsdiebstahl war. Der Wagen ist schon auf dem Weg nach Dubai oder sonst wohin. Es tut mir wirklich leid, dass dein Traumauto weg ist. Und ich weiß, wie lange du danach gesucht hast, um ihn zu finden. Aber du darfst jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Du hast recht, ich werde Anzeige erstatten. Aber nicht mehr heute. Und ja, vielleicht geschieht wirklich ein Wunder. Das hört sich schon viel besser an. Danke. Also dann, schlaf gut, Nikola. Du auch. Auch wenn das jetzt vielleicht blöd klingt, aber vielen Dank für den Ausflug. Gern geschehen. David? Was ist denn hier? Gefällt es dir nicht? Das ist ja der Wahnsinn. Willst du dich setzen? David, wann hast du das alles denn so hingekriegt? Also, ich musste erst warten, bis Justus weg war. Also halb so wild. Und Lydia hat mir auch geholfen. So was Schönes hat noch nie jemand für mich gemacht. Dann wurde es höchste Zeit. Dann wurde es höchste Zeit. Ich habe geholfen. Oh! Nein, nicht mit mir. Hallo. Hallo? Wenn du Tristan suchst? Nein. Ich will zu dir. Ach ja? Es ist wegen... Tristan. Ja. Hör mal, wenn ihr Probleme habt, dann klärt das bitte mit ihm, ja? Das bringt nichts. Das hab ich doch schon so oft versucht. Nein, im Ernst, das ist eure Beziehung. Ich hab da absolut nichts verloren. Tristan hat mir alles nur vorgespielt. Wie gesagt, ich weiß nicht, was zwischen dir und Tristan vorgefallen ist, aber... er macht dir bestimmt nichts vor. Und wieso bist du dir da so sicher? Weil ich ihn kenne? Außerdem wollte er sich gestern Abend mit dir aussprechen. Er wächsere bei mir und hat dich gesucht. Ach. Und es kommt dir nicht irgendwie komisch vor, dass er bei dir auftaucht und er ergeblich nach mir sucht? Was weiß ich? Jessica, er liebt dich. Mich. Gott, bist du blind! Jessica, Schatz, da bist du ja. Bitte lass uns reden. Du, ich möchte jetzt wirklich mit Helen sprechen. Ich hab mich so geschämt, weil ich... weil ich... weil ich... so eklig zu dir war gestern. Ich... hatte ich... allein die Angst, sich zu verlieren. Ich hab die ganze Nacht wach gelegen. Bitte, es tut mir so furchtbar leid. Guten Morgen. Morgen. Hey, Nico. Äh, Justus, haben Sie vielleicht meinen Brillant-Armband gesehen, das in Gold gefasste? Leider nicht, aber ich werde sofort danach suchen lassen. Danke. Wie, du hast dein... dein Armband verloren? Ja, wahrscheinlich. Ich habe es gestern Abend gemerkt, nachdem ich mit Philipp wieder zurück auf dem Schloss war. Philipp, ich zeig schon. Wir... waren Picknicken. Und wir wurden von einer Horde Pfadfinder überfallen. Und? Philipps Auto wurde... Von einer einsamen Landstraße geklaut. Das heißt, die Typen müssen sich an euch rangehängt haben. Wir schulden ihnen schließlich ziemlich viel. Ja, das kannst du laut sagen. Verdammt. Hey, jetzt beruhig dich. Für das Auto bekommen sie auch Schneidemenge. Na und, glaubst du vielleicht, das reicht? Das reicht hinten und vorne nicht. Aber zumindest verschafft uns das vielleicht ein bisschen Luft. Träum weiter. Im Ernst, ohne Nikolas Vermögen kommen wir aus dem Dilemma nicht mehr raus. Wenn du nicht langsam Gas gibst. Es kommt mir überhaupt nicht so vor, als ob dir über ihr auch nur einen Funken Eindruck hinterlässt. Er hat praktisch aus dem Nichts ein Feuer gezaubert. Denn Philipp scheint ja ein richtiger MacGyver zu sein. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Und die Pfadfinder, die waren wirklich begeistert. Hm. Offensichtlich nicht nur die. Ach, Quatsch. Obwohl, dass er sich beim Feuermachen nicht selbst angezündet hat. Alle Achtung. Ja, okay, ich finde ihn ganz nett. Ich glaube, ich bin schon auf einem ganz guten Weg bei ihr. Das wird aber nicht reichen. Du hast doch gesagt, du hast die Nullkomman nichts um in den Finger gewickelt. Mann, uns steht das Wasser bis zum Hals. Ich habe die Situation im Griff. Und was ist das hier? Antonia, das ist doch nur heiße Luft. Hör auf, die Dinge so zu beschönigen. Räum endlich Nikolas Konten ab. Bevor es zu spät ist. Oder willst du, dass man uns noch umbringt? David. Guten Morgen, Schlafmütze. Noch müde? Ich brauche morgens immer ein bisschen niedriger Blutdruck. Kaffee? Ich kann uns auch Frühstück machen. Weißt du was? Das ist heute mein Part. Ja? Wow, wie komme ich denn zu der Ehre? Na, du hast auch frei. Okay, dann merke ich es mir für die Zukunft. Meine Traumfrau muss morgens mit einer Dosis Koffein geweckt werden. Also nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich will mich dir nicht aufdrängen. Hey, das war doch süß. So was hat noch nie jemand zu mir gesagt. Und auch deine Überraschung letzte Nacht. Danke. Kannst du mal mit der Show aufhören? Ich zieh keine Show ab. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Das kann ich mir vorstellen. Ich wollte es ja auch nicht wahrhaben, aber... Du hast recht. Ich wusste es. Ich habe mit aller Macht versucht dagegen anzukämpfen, aber... Ich empfinde mehr für Elena als ich sollte. Jessica, bitte. Ich brauche dich. Wozu? Als Alibi-Freundin, damit Elena nichts merkt. Du spinnst auf. Ich habe nur so getan, als ob ich etwas für dich empfinde. Du bedeutest mir so viel, aber ich schaffe es ohne dich einfach nicht, meine Gefühle in den Griff zu bekommen. Such dir Hilfe. Irgendein Psycho-Heini, der sich damit auskennt oder was weiß ich. Ich weiß nicht, aber lass mich aus dem Spiel. Jessica, du bist meine einzige Chance, da rauszukommen. Bitte hilf mir. Ich weiß einfach nicht, was ich noch glauben soll. Jessica! Schön wieder fleißig? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich muss zugeben, ich bin heute früh nicht wirklich in die Gänge gekommen. Unser Ausflug gestern hat mich stärker strapaziert, als ich dachte. Na, das ist ja kein Wunder. Aber vielleicht... ... bringt dich das hier auf andere Gedanken. Fast so schön wie das Original. Wo hast du die denn aufgetrieben? Ach, tut mir leid, ich verrate meine Tricks nicht. Das ist eine Glückskarte. Wenn du die unter dein Kopfkissen legst, dann findest du auf jeden Fall nochmal so einen Wagen. Du bist aber nicht etwa abergläubig. Nein, bestimmt nicht, aber wer weiß. Warum sollte es nicht nochmal funktionieren? Danke. Ach, Kommtess, es tut mir furchtbar leid, aber Ihr Armband ist und bleibt unauffindbar. Soll ich die Polizei informieren? Nein, danke, Justus. Ich denke nicht, dass das Armband gestohlen wurde. Der Verschluss war kaputt und es war meine eigene Dummheit, dass ich es gestern getragen habe. Ich werde trotzdem die Augen offen halten. Danke. Das Armband ist mir gestern aufgefallen. Das ist ziemlich wertvoll, nicht wahr? Ich habe es von meiner Großmutter. Und sie hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Oje, dann ist es ja viel mehr als nur ein finanzieller Verlust. Fast so wie bei dir. Dann sollten wir erst recht nichts unversucht lassen. Könnten Sie auf den für David noch Kakao draufstreuen? Gerne. Super, danke. Du bringst David Kaffee ans Bett? Guten Morgen. Ich glaube, ich muss Olli mal stecken, dass mir das auch gefällt. Kaffee? Sehr gern. Wie läuft es denn bei euch? Sehr gut, Gott sei Dank. Wir haben gerade noch mal die Kurbel gekriegt. Das freut mich. Dann nimmt sich Olli bestimmt auch mehr Zeit für dich. Ja, jetzt ist erst mal New York angesagt. Ihr wollt nach New York? Nur Olli. Obwohl, nur ist nicht richtig. Robert fliegt auch mit. Hm. Das ist doch bestimmt blöd für dich, oder? Nein. Echt nicht. Und ehrlich gesagt, Robert ist es nicht wert, dass wir nur eine Sekunde über ihn reden, okay? Hm. Jetzt ist erst mal wichtiger zu klären, ob... die Schaum gut für die Haut ist. Oder nicht. Was? So. Jetzt rück schon raus mit der Sprache. Was meinst du? Was ist los mit dir und Jessica? Peanuts. Natürlich. Deswegen machst du auch die ganze Zeit ein Gesicht wie ein Lamm auf der Schlagbank. Ja. Ich ein Lamm. Jessica. Wir müssen reden. Natürlich müssen wir das. Komm. Ich habe noch mal über alles nachgedacht. Du liebst deine eigene Schwester. Das ist krank. Jessica, ich... Aber ich glaube dir auch, dass ich dir nicht egal bin. Ich... Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel du mir bedeutest. Und ich bin bereit, dir zu helfen. Aber nur unter einigen Bedingungen. Alles, was du willst. Du musst von deiner Schwester wegbleiben. Sonst kommst du nie von ihr los. Das werde ich tun. Tolle Idee. Da ist ihr in der Nadel im Heuhaus nichts gegen. Das Beste ist, du sagst deine Termine für heute ab. Von der Feuerstelle bis zur Straße sind es fetzensweise 500 Meter. Dann kann ich ja gleich die Termine für die ganze Woche absagen. Schon mal was zum positiver Einstellung gehört? Ja, irgendwas klingelt da bei mir. Da ist es! Ach, Mist. Wie dir das schlägt aus, wenn er neue Eisen kriegt? Ja, ich muss mal eine Viertelstunde auf ihn einreden. Dann pass bloß auf dich auf. Gegen mich hat er ja nichts. Das ist nur gegen den Schmied. Also, ich muss da mal wieder. Ciao, Mädels. Ja, mach's gut. Na, was machen wir zwei mit deinem freien Tag? Alles klar? Ist schon die ganze Zeit so still? Wundert dich das? Hab ich irgendwas mitgekriegt? Das trifft wohl eher auf mich zu. Was? Kannst du mal bitte sagen, was los ist? Kann es sein, dass du nur mit mir zusammen bist, weil mit Christian nichts läuft? Du liebst Christian immer noch. Stimmt's? Jetzt sag schon! Ist es so? Liebst du Christian? Deine? Ungeklimento Fürbidden Und I'll go straight to your heart.